so gibt es eine andere annehmen sehr gut wir hätten eben ausgewählt der zwerg jetzt bin ich mal gespannt das sieht schon anders aus aber geil aus der zwerg er ist total golden hier die nummer unter dem charakter des levels anzeigt wahrscheinlich schon kann sein wenn er einen Wegen hat, oh was, Strom ist warte das geht aber ab hier ich bewundere auch mal Menschen die in so einem game wirklich richtig plan haben dafür habe ich gleich von der ratte hinten eingebekommen mich gleich gebissen hat sie dich schön von hinten gefächert ja auf jeden fall ich wollte glaube ich ihr schwert verstaunen admit es the müsste oh Oh! Oh! Ah! Die! Ah! 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 Hawker! Aps you! Stop me! By the way! I judge you all! I judge you all! Ach du Scheiße! Ich fall hier runter! Nein! Oh! Oh! Ah! Jetzt kann ich euch zugucken! Ist doch auch in Ordnung! Tja! Und du versuchst zu fliegen, ja? Hm! Das ist auch geil, ey! Das ist so, als wenn ich dabei wäre fast! Ja, mittendrin, aber nicht dabei! Mhm! Genau! Das ist so, was ihr Leute würd callen, ein Heilungsdraft! Das ist so, was ihr Leute würd callen, ein Heilungsdraft! Heilungsdraft! Overheal! Oho! 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 Super! Wie ging das denn? War ich da gefangen? Oder wie? Ja, lags darum und hat sich gewonnen! Haha! Sonnege! Dann haben sie ja doch noch ne Sicherheit in das Spiel eingebaut! Das ist gut! Blatt hat der Fall! Oho! 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 Die そう ist aber ganz gut! Gelbaut! Oho! Oho! Dann müssen sie gleich tot sein, ne? Jo, sehr gut. Hebel hier. Dann müssen wir wieder nach oben. Die Terrormusik wird wieder los. Ja. Alter, wir versuchen zu vierter rumzuklettern, ne? Ach, du heilige Neune. Okay. So, anscheinend muss man wirklich ein bisschen schneller durchlaufen durch den Level. Dann geht das irgendwie, ne? Ja. Wenn man so einen ollen Folianten aufnimmt, hat man weniger Leben. Hm. Ah, nein. Ja, was mit mir los? Kann mich nicht mehr bewegen. Ah, jetzt. Ne. So, ich folge euch mal unauffällig. Ja. Ich folge mir auch ständig. Ja. Der Vorteil an der Schizophrenie, ne? Boah, das... Das kenne ich noch aus Berlin, aus dem Illusionsmuseum. Der hat sich die ganze Wand gedreht und man musste da durch diese Röhre laufen. Boah, das war eklig. Alter, der... Der drüffte da eine ganzen Pfeile in sich hier. Brauchst du einen Heiltrank, oder? Nö. Ich bin hier wieder der Letzte im Bunde. Ich weiß nicht, wie kann ich mich da nicht mal heilen, ne? Meine Anzeige ist irgendwie halbiert. Ah. Falter, falter, ey. Das ging aber abähmt. Mann, 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 Mann. Ich hab nur einen blauen Trank. Ah. Heiltrank. Sehr gut. Weil ich gestorben bin, habe ich wahrscheinlich nur noch eine ganz kleine Anzeige. Nee, haben die alle. Ach, habt ihr alle? Okay. Ja, kannst du auch links sehen auf dem. Ach, stimmt. Ja, genau. Die sind ja alle abgebildet. Woher kommt das denn? Ist das schmisslich? Ich geh doch raus. Keine Ahnung. Schwierigkeitskarte. Alter, das mit dem Schild hat, ist echt geil, ey. Schön zuhauen. Gass, 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 gass! Gass, gass, gass! Gass, gass! Hey! Hey! Gehreigkeitskarte! Ach, die Grimms halbieren das Leben. Ich weiss gar nicht, wer die Grimms sind, aber wird schon passen. Okay, meine Munition ist bereits voll. Gelange zum Nest. Gass, 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 gass! Und wenn ich hier ganz gut durchkloppen, ne? Alter, da kommen aber die ganze Schuhe ist klasse so das ist die 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 sehr schön ich habe noch mal eine brandbombe genommen die sprungkraft von den fiechern ist auch nicht schlecht aus hoher höhere einfach runterfallen immer mit meinem gewerb ballern auf die scheiße am boden wird aber auch alles auf der boden nicht irgendwie anders zu euch noch das war das war Ich habe ihn wieder belägt. Ist der Tod, der Dicke, ja, ne? Ja. Oh, Gott sei Dank. Dann hat es da hinten, der da. Der hat mir hier Sorgen gemacht, ey. Okay, geht es erstmal nach oben. Das ist sehr gut. Ich kann doch nicht mal Treppen laufen, hier. Ich bin gar nicht hochgekommen. Der liegt hier besoffen rum. Ich bin gar nicht hochgekommen. Ich bin gar nicht hochgekommen. Nein. Ich blöcke und schlage und schlage und blöcke. am auszuhalten er erkennt auf jeden fall den weg das schon mal gut er hat sich so böse und groß an hier ich würde auch sagen wenn die runde vorbei ist würde ich auch erst mal schluss machen ja ja hier wartet nicht doch schon irgendwo bleiben die denn aber es hat überall gebrannt ja wir haben das nicht wo ist der Feuer gemacht ja oh 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 ja jetzt kommen wir mal richtig voran ja Oh, come on! Ah-ah! Come on! Mucha freck, und klobatte ja. Es geht um, der Kuss, Rucki! Oh. Aber du aufpassen, dass ich selber nicht runterfalle, wenn ich die herunterschubse. Hier ist noch, äh, braucht Anna Energie oder so? Ne, ich hab keine, danke. Okay. Let me patch my wounds! Da hinten seid ihr. Ah, das kommt. So, komm ich mal zu euch. So. 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 Schönen. Boah, ich treffe ja mal nicht mehr, komm. Schönen. Jawoll, das war's. Sehr gut. Du kannst hier rausnehmen. Ich würde sagen, ein epischer Sieg. Ja. Die Bots sind schon gut, ne? Aber man merkt schon, wenn jemand da Ahnung hat. Ja, auf jeden Fall. Das können die Bots nicht wieder gut machen, was wir versauen. Ja. Stimmt. Und mir vor wie der Rattenfänger von Hameln ist. Ja. 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 Aufstieg 8. Ja. 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 36 getötet. Echt gut. Ja, geht ab. Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss. Ja, würde ich auch sagen. War auf jeden Fall ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. War gut. Dann können wir ihm hier noch Schiss sagen. Ah, der Crusader hat das Spiel verlassen. Okay. Dann würde ich auch sagen. Musst du auch das Spiel nur beenden, ne? Genau. Ich beende jetzt auch. Genau, dann mache ich nochmal den Stream aus und bedanke mich für die Zuschauer hier. War ganz nice. Auf jeden Fall eine geile Runde. Wieder jemand kennengelernt. Danke auch.